Ich richtete meinen Blick auf die Hecke Grehling, worauf mich jäh ein ahnungsvoller Schauer überlief. Die Wirklichkeit übertraf jede Befürchtung. Kapitän Ahab stand auf seinem Achterdeck. Die ganze grimmige Erscheinung Ahabs setzte mir so stark zu, dass ich im ersten Augenblick kaum bemerkte, wie viel von diesem allesgeherrschenden Ingeren sich dem barbarischen weißen Beine verdankte, auf dem er zur Hälfte stand. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Musik Musik